So, das regnet jetzt hier richtig, richtig kreis. Ist es okay, wenn ich filme? Ja, ja. Herr Tommi, heute das erste Mal hier. Wuhuuu! Ich lasse den letzten Raum ein Schreck. Keine Eiche noch? Hm. Wo kommt das jetzt her? Von der Hitze heute. Muss ich auch erstmal entladen. Oh, ist das geil. Ja, ja. Einmal Hund Zeit. Ja, mach das jetzt auch. Ja, da geht's gleich los. Siehst du? Wie ist es noch so schön da? Ja, ja. Wie ist es geil? Ja. Und nichts wird nass. Ja, ja. Wie ist es geil? Ja. 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 Schade ist, dass die Swimmingpool noch nicht aufgeblasen ist. Sonst hätten wir weniger Arbeit. Häuser. Ja, du willst jetzt nicht beim Regen Swimmingpool aufgeblasen, oder? Warum nicht? Freue ich mich, dann stelle ich mich da hin. Oh, die Helme haben aber krass. Oh, die Helme haben aber krass. Toll das Reaktion. Ihr seid da, das ist der Test. Wollt ihr oder wollt ihr nicht? Also, willst wir da kommen? Das haben wir jetzt schon ungefähr einen Monat durch. Naja, so nicht.